Die HTZF9 von Sony ist die erste Soundbar von Sony, die ein virtuelles dreidimensionales Soundgefühl mit Dolby Atmos bietet. Dieses System ist mit Dolby Atmos und DTS-X kompatibel und bietet Filmenthusiasten ein Kinoerlebnis zu Hause. Dank der neuen Vertical Surround Engine, einer intelligenten Technologie, die es nur bei Sony gibt, hören Sie ohne Decken bzw. zusätzliche Lautsprecher Sound von allen Seiten. Sie kann alles, was Sie hören, hochmischen, um bis zu 7.1.2 Audiokanäle zu simulieren. Zusammen mit S-Force Pro Front Surround sorgt die Engine für einen dreidimensionalen virtuellen Surround Sound. Genießen Sie ein atemberaubendes Hörvergnügen über ein kompaktes 3.1-Kanalsystem, das einen Subwoofer für satte Bässe enthält. Die HTZF9 verfügt über eine WLAN-Funktion. Unter anderem können Sie über die integrierte Chromecast-Funktion eine Verbindung herstellen, um Inhalte aus Ihren Lieblingsmusik-Apps zu streamen. Mit dieser Soundbar können Sie Musik in mehreren Räumen wiedergeben, damit Sie überall im Haus jederzeit die gleiche Musik hören. Die Soundbar funktioniert auch mit Google Assistant. Holen Sie jetzt noch mehr aus High-Resolution-Audio heraus und genießen Sie die Wiedergabe über eine USB-Quelle. Alternativ können Sie andere Musikdateitypen mit Bluetooth von Ihrem Mobilgerät aus wiedergeben. Dank der Digital Sound Enhancement Engine HX-Technologie können Sie die Qualität genießen, die High-Resolution-Audio äußerst nahe kommt. Die ZF9 passt perfekt zu Ihrem Sony TV. Stellen Sie über die Bluetooth eine Verbindung her oder nutzen Sie den HDMI-Anschluss, um Ihren Fernseher und Ihre Soundbar über eine einzige Fernbedienung zu steuern. Die Soundbar unterstützt außerdem 4K HDR und Dolby Vision und 4K-Inhalte lassen sich über Ihr Home-Entertainment-System ohne Qualitätsverluste zu Ihrem Fernseher wiedergeben. Erleben Sie magische Filmmomente zu Hause mit dreidimensionalem Soundgefühl in Kinoqualität. Genießen Sie hochwertigen Sound mit der HT ZF9 von Sony.